hallo und herzlich willkommen hier in dem LS22 Nordfriesische Marsch dem XXL Projekt so wir machen mal weiter mein neuer ich habe mir meinen Rechner geholt so mein alter Rechner war defekt kaputt dann bin ich noch umgezogen in der Zeit das ist jetzt schon ich hab schon mal geguckt sieben Monate her ja und heute sind wir wieder da so was mir leider auffällt ist was er hier nicht macht nachher fährt jetzt aber lässt ja nicht warte mal der hat eine Strohfunktion oder nicht der letzte Klobe auf Stroh drischer aufklappen rausfahren ne hat hat nicht kinddischer Funktionen äh Kinder Strohablage Funktion alle mods habe ich noch nicht drauf wie ich die damals verwendet hatte ähm ich möchte es jetzt sagen die anderen Spielstände waren kaputt aber die Karte hat es kam mir mehrere Updates raus in der Zeit wo ich nicht gespielt habe ich habe die neueste Version habe ich drauf geladen und bei mir hat denn Autodrive auf der Karte nicht mehr funktioniert außer was für Grund auch immer also hab jetzt von einem noch mal ein neues Update gezogen hat immer noch nicht funktioniert und hab dann jetzt einen neuen Spielstand aufgemacht und jetzt funktioniert das wieder tadellos hab jetzt nicht alles gebaut was wir schon davor hatten das Sägewerk fehlt aber da waren die Wasserplanen sowieso nicht da gucken ob wir die woanders hinbauen könnten eventuell die diese Produktion habe ich noch nicht gebaut wenn es das was ich gebaut habe jetzt ist hier auf dem rufen noch gar nichts hier zwei Kuhstelle einmal da und einmal da drauf fällt zehn zwei riesige Bunkersilus weil wir machen das nicht mit Futterroboter sondern machen das per Hand dann wird noch eine Biogasanlage in der Ecke rein kommen aber das sehen wir dann jetzt sind wir gerade dabei ein bisschen Geld zu machen fällt sie natürlich abzuernten zwei Futterroboter Speicher 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 so fällt 28 das ist so doof dieses mähewerk gefällt mir nicht oh hier kommen wir 26 meter für 21.000 wollen wir wir sind das 80 ps ja noch nicht mal dafür haben wir und das war den jahr und das war den eine strecke einfahren hier hier ist der hof ach quatsch ich fange erstmal hier so rum das war bestimmt noch einiges ändern hier kommt mir noch ein einer so so ok abladen dann 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 da hin dann lassen wir den erstmal hier stehen so dann machen wir jetzt so und er wartet noch oder er fährt jetzt guter wird er jetzt zum fahrzeug hin mal diese sind keiner wert da sind sie denn ja oha gibt es auch richtig jetzt hast du die dinger nach haben wir noch so haben spart ok früchte stroh ja alles neue ist rohöl gut kann ich auch noch einmal glas strohut geile ja mozarella alkohol senf hier senf eis am stiel guck ihn an waffel eis pizza das wird spaß machen so fällt 28 20 dreimal so er ist auch gleich voll hier hier mal auch gleich voll hier 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 da war noch für aufträger beim pressen brauchen wir erstmal nicht denn auch nicht nur hier für zeit wird sich halt da sind keiner erbsen 42 da fangen wir es mit den hier hin erst mal hinfahren wir können auch gleich einstellen bahnhof okay 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 mal drauf da okay 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 now good then sehen wir uns in der nächsten folge bis dahin tschüss